so kleine video dipper scannen ja also ich habe die aktiviert boot aktivieren damit es aufnimmt und lege das telefon rein also das ist nur zum scannen ja das ist ein video 2 was ich heute davor eins gemacht video jetzt ist das zweite video jetzt stellen wir uns wasser telefon ist drin so jetzt leuchtet weiter also wir schaltet wieder an diese strecke was mit davor gehabt so geschwindet ein bisschen zu viel zu groß ich hoffe das reicht okay dass der fährt jetzt los wie das kind diese strecke was mir davor gemacht danach zeige wie es funktioniert weiter mit autopilot die gps koordinaten von dipper einfügen in autopilot und zum ziel schicken bis dann ciao